Max, du hast? Wir sind das PEWAG Racing Team, gegründet 2013. Was wir tun? Wir schwimmen 4 Kilometer, fahren 180 Kilometer mit dem Rad, wir laufen einen Marathon. So schnell wie möglich. Wir machen das als Beruf, trainieren dafür bis zu 40 Stunden in der Woche. Ja, genau. Andere sitzen so lange im Büro. Das hier ist unser Büro.